Ho, ho, ho und willkommen bei dem eisernen WoW-Adventskalender mit Barclay und den Ringern. Dieses Jahr hat uns der Weihnachtsmann wieder eine eiserne Name beschrieben, keine goldene. Und zwar steht da drin, lieber Barclay, lieber Worgs und lieber Araxu. Die eiserne Horde ist im Anmarsch und wir brauchen starke Kämpfer, um das Weihnachtsfest zu beschützen. Araxu und Worgs, ihr müsst die stärksten Bringer gegen Barclay antreten lassen, um eine starke Armee gegen die eiserne Horde aufbauen zu können. Nur dann gibt's Geschenke. Ich, der WoW-Weihnachtsmann, werde euch jeden Tag eine eiserne Nachricht mit Aufgaben schicken. Würfelt aus, wer gegen Barclay antreten muss. Ich wünsche euch viel Erfolg, ich werde wieder zum Christkindl ins Bett hüpfen. Ja! Ihr habt's gehört, es gibt wieder ab dem 1. Dezember jeden Tag ein Türchen. Und ich werde gegen irgendeinen von diesen Chaoten antreten. Meldet euch mal! Ja! Ja, wir sind ein bisschen, ne? Hallo! Da haben wir einmal Araxu. Ja! Den Lotus-Sturm. Hallo! Den Boax. Den Patrick. Moin moin! Den Valka. Hallo! Natürlich den Boax. Ja, morgen! Den Bayashi. Hallo! Den Jum. Servus! Und den Zitter. Nammt! Und bis Weihnachten werden wir hoffentlich sehr viel Spaß haben mit kleinen Minispielen und... Hier in den Arsch treten! Ja! Ja! Ich werde euch alle fertig machen und ihr werdet keine Chance haben, aber gemeinsam werden wir natürlich versuchen, stark zu werden gegen die eiserne Horde. Wir werden es dem Weihnachtsmann recht machen, aber ich mache euch trotzdem fertig. So! Ja! Am Arsch! Dann würde ich sagen, wir wünschen euch viel Spaß beim Zusehen und jeden Tag gibt's ein Türchen ab 0u1! Ja! Yay! Juhu! Ja, ist doch gut gewesen. Das ist übrigens das Startsignal für das Spiel. So! Ja! Ja! Ja, das ist eine gute Idee.